Wie ist Verbraucher? Ich glaube, das wird die Familie vor dem Fernseher wieder zusammenführen. Man guckt gemeinsam und wer zuerst das Produkt entdeckt, hat gewonnen. Und dann gibt es Streit, weil es vielleicht was ganz anderes war. Und dann ruft man bei einem Sender an und die haben eine Hotline für solche Anfragen. Und wenn sich Verbraucherschutzministerin Aigner durchsetzt, ist die Warteschleife noch nicht überteuert. Das wird gemütlich. Morgen geht's weiter. Das wird gemütlich. Das wird gemütlich. Das wird gemütlich.